Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr bei mir einschaut. Ich begrüße euch zu ein bisschen Entspannung und lade euch ein, ein bisschen runterzufahren vom Alltag. Ihr werdet Geräusche mit dem Mund hören. Dann mit dieser Packkiste. Und vielleicht auch mit den Muscheln. In diesem Video lege ich Augenmerk auf das Flüstern. Dabei können auch Dinge dabei sein, die ihr gar nicht richtig versteht. Und dann lascht einfach nur den Klick alles, was ihr hört. Atmet tief ein. Und ganz tief wieder aus. Ganz lang. Stellt euch etwas Schönes vor. Schwebt in eurer Fantasie. Dort hin, wo ihr wollt. Und dann? Das hat er nur creature. Und dann ging es Donald Trump noch nicht. Dann siehst du fünf Stunden. sagte bitte Aus Brooke das Gefühl haben, dass du dich tä Und dann geht's K cautiver. Eure Fantasie ist keine Grenze gesetzt. Spürt euren Atem. Entspannt. Ich höre ein paar Muschinen in einer Glasflasche mit Sand, echtem Ostseesand. Ich hoffe, ihr lasst euch drauf ein. So ist es so entspannt. Ihr müsst gar nicht auf meine Worte achten. Genießt die Klänge. Ich habe gleich auch noch ein kleines Plätschern für euch. Ich habe gleich noch ein kleines Plätschern. Hier habe ich eine Flasche in meiner Hand. Entspannend. Atmet ruhig und tief ein und wieder aus. Whisper. Falls ihr noch nicht schlaft, denkt weiterhin an etwas Schönes, das euch erfreut. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, freue ich mich. Und ich bedanke mich dafür bei euch. Ihr dürft gerne einen Daumen hoch da lassen. Oder auch ein Abo für mich. Dann verpasst ihr gar nichts mehr von mir. Ich würde mich freuen, ihr Lieben. Auch Kommentare sind jederzeit erwünscht. Bis zum nächsten Mal.